Also ich heiße Annika Brönne, bin 27 Jahre alt und arbeite jetzt seit insgesamt vier Jahren bei der GVW hier im Wohnzentrum München. Also wir haben jetzt ungefähr 40 Patienten mit dem Mepilex XT versorgt seit Mai 2014. Also das Mepilex XT empfinden wir als ein sehr gutes Produkt und zwar einfach aufgrund dessen, das ist durch diese Safe-Tech-Technologie ist es sehr arg traumatisch. Das heißt gerade Patienten, die sehr schmerzhafte Verbandswechsel erleben, weil auch die Wundumgebung ihnen wehtut oder weil die Wunde sehr stark schmerzt oder Patienten, die sehr, sehr dünne Haut, sogenannte Kortisonhaut haben beispielsweise, für die ist dieses Produkt sehr, sehr angenehm, weil das ganz, ganz sanft ohne Verhaftung sich wieder abnehmen lässt und das macht natürlich dann auch unsere Wundversorgung deutlich einfacher. Des Weiteren ist es noch so, dass das Produkt des Exudat, also die Wundflüssigkeit, sehr gut aufnimmt. Das heißt es staut sich nicht unter dem Verband so viel von dieser Flüssigkeit und weicht deswegen auch das umliegende Gewebe nicht auf, sondern es wird von dem Verbandstoff gut aufgenommen, weil der eine sehr großporige Auflagefläche hat und dadurch ist dann auch das Exudat-Management, sagen wir, also die Versorgung der Wundflüssigkeit bestmöglichst gegeben. Schwerer ist es nicht, das Produkt zu verwenden, das ist für uns sehr viel einfacher, weil es einfach für uns in der Wundversorgung als auch für den Patienten eigentlich nur Vorteile bietet. Das heißt, wie gesagt, atraumatische Anwendungen, dass das Exudat, Grundflüssigkeit sich nicht staut, das alles sind für uns nur Vorteile. Es ist auch vom Handling sehr einfach, also es ist nicht kompliziert aufzutragen, nicht kompliziert auf die Wunde aufzulegen und demnach sehr, sehr einfach auch in der Handhabung. Also die kommen, haben Angst vor dem Verbandswechsel, sitzen schon ganz angespannt auf der Liege und das führt ja dann auch wiederum dazu, dass sie ein sogenanntes Schmerzgedächtnis bekommen, also dass sie permanent nur von Schmerzen geplagt sind. Wenn sie dann aber feststellen, dass eben der Verbandswechsel so atraumatisch ist, dann werden sie auch viel, viel ruhiger, entspannter und dann lasst auch die komplette Schmerzwelle bei den Patienten deutlich mehr nach. Und was wir bei dem Produkt auch noch haben, wir lassen das sehr, sehr gerne längere Tage auch auf einer Wunde. Das heißt, dadurch, dass es die Wundflüssigkeit so gut aufnimmt und nicht staut, können wir das auch mal drei, vier oder gar mal fünf Tage auf einer Wunde belassen. Dadurch wiederum haben wir nicht so häufige Verbandswechsel. Das ist dann auch günstiger, sowohl für Kasse als auch den Patienten, was die Materialkosten angeht. Und die Wundheilung wird dadurch natürlich auch noch positiv angeregt, weil wir die Wunde nicht permanent reizen, indem wir den Verband auf- und abnehmen. Ja, die Patienten geben mir genau dieses Feedback, das ich zu dem Produkt habe, ebenfalls wieder. Sprich, die sagen, es ist sehr, sehr einfach im Handling, weil viele Patienten machen die Wundversorgung auch alleine, zu Hause, wenden das selbst an. Demnach, die empfinden das sehr einfach im Handling, haben keine Schmerzen, berichten mir auch, dass sie keine Probleme haben, das aufzulegen, das auch wieder abzunehmen und empfinden das demnach sehr, sehr positiv. Also wir instruieren sowohl die Patienten als auch Angehörige, als auch im Pflegedienst beispielsweise. Das heißt, Wundversorgung findet auch zu Hause statt bei den Patienten und dann erhält sowohl der Patient, der Angehörige oder eben eine pflegerische Einrichtung ausführliche Instruktion von uns, wie das Produkt anzuwenden ist, wie es aufzulegen ist, wie man es am besten atraumatisch wieder abnimmt und da führen wir sehr ausführliche Edukationen. Bei anderen Auflagen ist es beispielsweise oft so, dass das Produkt falschrum aufgelegt wird. Das heißt, man kann nicht klar erkennen, was ist die Auflagefläche für die Wunde und was ist die Abdeckungsfläche von außen. Und dann kommt es oftmals zu Hause dann bei den Patienten dazu, dass ein Produkt falsch aufgelegt wird. Das ist beim Mepilex XT eigentlich noch nie vorgekommen, weil es dadurch, dass es eine Haftfläche hat, wo man auch den Schutzfolienverband abnimmt, es für sich selbst versteht, dass das eben dann auf die Wunde kommt zur Fixierung. Also diese Problematiken, dass das Produkt falschrum aufgelegt worden ist, haben wir beim Mepilex XT beispielsweise jetzt noch gar nicht erlebt. Bei anderen Produkten ist es oftmals so, dass das Handling zu Hause schwierig ist. Das heißt, wenn man die Produkte nicht vorsichtig genug abnimmt, sondern beispielsweise sehr rasch abzieht, dann kam es eben dazu, dass man die umliegende Haut verletzt hat, dass die eben aufgerissen ist, sich Stückchen von der Haut dann an der Haftbasis befanden. Und das wiederum haben wir beim Mepilex XT nicht, weil das eben so sanft ist von der Haftbasis, dass man es schnell oder langsam abziehen kann. Da passiert eigentlich nichts. Also wenn ich das Produkt beschreiben müsste mit drei Worten, dann würde ich sagen, das ist definitiv atraumatisch, es ist sehr flexibel und vom Handling her einfach. Also atraumatisch, flexibel und einfach.